Luigi! Keine Ahnung wohin! Du darfst die Sand... Nein! Nein! Ich will doch nicht! Nein! Du darfst die Sand-Scheiße machen! Auf! Mach die Sand-Scheiße! Das heißt Sand-Scheiße, nicht Sand-Scheiße! Oh na! Hilfe! Ja, Cheater! Ist jetzt gerade im Rutschen statt. Wey! Wo kommst denn du her, Kollege? Ja, es ist jetzt gut! Kann hier die Sumo-Sonne nicht mal anfangen runter zu eiern? Ja, jetzt kommt sie! Jawoll! Geh auf den Socker! Auf den Socker-Slaxi! Auf den Socker-Slaxi, der Fußball-Slaxi! Ohne Witz, verzieh dich jetzt! Ja, beste Kombination! Die Scheiß-Sonne, die geht mir so auf den Zeiger! Sonst freust du dich immer, wenn Sonne ist! Ey, lass mich! Ey, geh weg! Mach keinen Fuck jetzt! Was ist das für ein Treibsand? Was ist das? Ich komm hier nicht mal raus! Nein! Leg mich auf meine Arme! Ja, und wie ein Pilz ficken! Gib mal her das Ding! Rotz auf mal, Lotz-Kotz! Scheiße hier! Ohne Witz! Kack-Level! Ja, wo es verdient hat, hol ich mal wieder einen Pilz aus! Was ist das denn, du verreckst, ey! Ja, in der Box-Content krieg ich! Oh, guck mal, was ich noch alles hab! Ganze Leistung wollte! Was hab ich? Ein Brett mit Löchern! Toll! Wir haben schon dran geknabbert! So, jetzt geh ich noch das andere Pilz aus hinten holen! Ich hasse dich! Ich hab's schon mal gesagt! Ja, da reiß ich jetzt aber nochmal das Maximum aus dem Ding raus! Na, da beißt sich grad die Finger! Ist doch eine Scheiße! Oh, wo geht denn das? Da! Na, können wir eins benutzen! Ich hab ja ja nur... Ja, ich hab jetzt hier den Level gemacht! Können wir jetzt aufhören und erst wieder... Ich bin durch die Röhre fertig! Ja, 4 klingt besser als 5! Perfekt! Was ist denn das? Hey Cheater! Wie er wieder abtrützelt! Jetzt killt dich so'n Superfisch! Nee! Ja, jede einzelne Münze in aller Herrgott's Ruhe! Halt! Jede einzelne Münze mit! Boah, Moment! Da gibt's nen Trick! Der heißt eine, zwei und dann... Nix! Was ist denn das für ne Krütze hier? Ja! Ja! Hehehe! Ah, fick dich, Alter! Da werden 50 extra Leben drin! Hast du doch schon! Oh, knapp! Und... Ne Blume! Guck'n der! Ja, so macht man den Level, Leute, ne? Aufzocker! Darf's auch mal! Ich mach' den Bumerang-Arsch und dann ist's finito! Als kleiner! Als kleiner! Als kleiner! Ja! So geht's! Jetzt bring dich die Kiste um! Na, Hammer! Ich hab'n Hammer! Ich hab'n Hammer! Hammer! Und jetzt? Bist du? Mach' ich Level 5, dass du die Pyramiden machst! Ne, komm, das tue ich dir nicht! Aaaaah! Aber wenn wir vorher alles klauen, was geht! Zwei Pilzhäuser! Ups, hab' ich da jetzt gekillt! Komm, hau ab! Lass' ich frei! Ja, bau'n ne Hundeklappe in die Tür ein! Ups! Der steht wieder! Ah ja! Der steht seinen Mann! Uay! Jetzt hast du aber die Kacke am Dampfen, ey! Ja, klar! Fuck you! Bitch! Echt, ey! Fotze! Ja, klar! Fuck you! Fuck you, too! Dann jetzt? Ah, soll ich dich dann durchklitschen oder was? Ja! Sag mal! Wie soll'n das gehen? Du musst so'n Trüffel hier nehmen! Das ist doch eben aber abgeprallt! Ja, weil das Ding dann im Bild war! Klitscht mich doch einfach aus'n Bild raus! Boah! Boah! Nimm dir mit! Oh, ey! Oh, ey! Hallo, Controller! Danke! Oh, oh! Ich hatte die 3 gedrückt! Haha! Ich hab ja genug Leben! Items, Dings, Bums! So, ich glaub' ich mach' mal Level 4, weil... Pyramide, ich bin klein, danke! Waaah! Na, da haste deinen Freund, ne? Schleckentund! Ah, toll, du! Toilettenhund! Ab jetzt! Was ist denn hier los, meine Güte? Na toll! Der war net schlecht! Ja, du... Leck mich am Ärmel! Doppelt! Arschloch! Pfff! So, was du kannst gar nicht ab! Ja, ich schieken! Ah! Chitana! Gumba! Pumba! Scheiße! Wey! Da unten hätt's nochmal reinschießen! Warte mal ab! Pfff! 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 So geht's! Ihr Bohnenstangerange! Ja, die Orangen schon vergammelte, kaputte hier! Genau die! Super! Und rotes Rohr im Himmel! Ja klar! Da ist n... nix! Da ist es! Ja, wollte ich dich jetzt dumm schicken, genau! Okay, warte, warte, warte! Pfff! Pfff! Du Scheiße! Das kann man nicht... Leck... NEIN! Ihr Strunzenkinder, Alter! Ah, da ist ja noch eins, Gott sei Dank! Ah, wie geil war das denn? Oh Gott! Ich war's nicht weg! Egal, was... Und wir haben keine Feuerblumen, dass du gar nix kriegst! What? Du Scheißvieh! Scheiße! Ich sag's noch! Das ist die Strafe, weil du die Pyramide nicht gemacht hast! Geh' mal her, dass der... Da hat Spaß bei der Pyramide! Geh' mal her, dass der Zocker Katara das macht! Hier, hab' ja noch genug am Reaktion! B讲teors! Döp dük-düg ir-d Frankfurter Gwock gespannt, ob das was bringt! Bist du ja... Du hast letztens auch mit dem Waschbäh reingekommen!? Ja und als toter Waschbäh raus! Phah! Nee, das war's! das war es jetzt weiß er wenigstens den weg geht es schon mal schneller propeller ich glaube da kommst du raus wenn du schreit rein so dein liebling es ist so einfach geht es da noch mal ein freund ja ob wir es einmal hinkriegen so wie schön die burg ist für dich cool oder vielleicht nimmst du uns kartenhaus damit vielleicht hast du ja wieder glück ja mach mal gerade hat er die lehnen braucht ja ah perfekt ey dann montiert der sterne zwei augen ich muss ja jetzt doch die wolke machen dann werde ich immer noch ein level frei ja der krabbelkämpfer bitte du zu mir er liegt auf der nase und kann schon mal reden liegt auf seine augen der hat auf dem arsch die kronen alter wenn er jetzt gekrümmelt hat hier auf dem boden stich dir doch ein Auge aus Iggy Pop Alter Schlüssel auf einmal ist der ist der ist der Ennerhagen hier drin der Ennerhagen als würde er dich hochgezogen mit dem Teil okay ehrlich ist wieder gelähmter Grafikfehler Scheiße der Ennerhagen MEIN was ist das für eine Kretzgülle scheiß doch macht er doch hey wow ja klar jetzt bewegt sich das Schiff auch noch wie realistisch ist das denn Hilfe ich habe schon Angst der geht links runter weil er rechts ist was du musst runter du musst runter sonst stirbst du ach so jetzt musst du hoch sonst leb ich du Papa Papa musst du ihn in musst du zu Keller gehen Mensch die der da wo komisch so ein Rockhelm in so einem vergrübten Gase naja ist ja auch egal wie er cheaten will hier Cheats Luxy komm mal lass mich rein hier das musst du noch packen oder wow wow bist du hässlich wow deine Mutter keting nennt mich Luigi Zocker Luigi Zocker Luigi Zocker Luigi geh mal her ich mach Welt 3 komplett auf dem Stück so wir haben den Augenkrebskäfer befreit wenn wir jetzt beide Flöten benutzen sind wir doch automatisch in der letzten Hölle oder? in der 8 oder? keine Ahnung thank you so klatsche oh thank heavens dank der Hölle noch gar kein Turban mehr auf der Taliban da so